Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wird es richtig geil. Wir werden alles machen, was unsere Eltern uns verbieten. Ich bin zwar 19, aber Ash nicht. Dementsprechend wird es heute richtig geil. Ich würde sagen, let's go. Nicht wundern Leute, Ash hat heute geschlafen. Was geht? Guten Morgen, wie war deine Nacht? Was? War, war super gut. Und zwar habe ich dir Frühstück mitgebracht. Die erste Sache, die du niemals trinken dürftest. Alter, ich hatte Kaffee geholt worden. Nein, ich habe von meiner Mama geredet. Sie war nicht begeistert. Ash dürfte nie im Leben Kaffee trinken. Probier mal einfach. Das ist übrigens nicht direkt Kaffee, sondern Latte Macchiato mit Karamellsirup drin. Nee. Ey, komm, den musst du trinken. Ist verboten. Trink. Bruder, nein, was? Ich habe zwei geholt. Einen für mich, einen für dich. Was ist das? Ach, komm. Ich habe Frühstück geholt. Ach, Digger. Ich dachte, ich bin nett und hole den Käsebrück. Ich gucke mal, was da drauf ist. Ich dachte, geil, das ist leider. Würdet ihr das Ding essen? Schreibt jetzt in die Kommentare. Das ist dein Frühstück. Danke. Oh mein Gott, weißt du, was wir im Kühlschrank haben? Das machte auf. Guck mal da genau rein. Ey, wenn ich Ash das Ringen lassen würde, ich wäre zehn Köpfe kürzer. Prost. Und zweites Prost. Prost. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt ehrlich, Lieber. Ash hat sich jetzt die noch rausgeholt. Digger, was ist das für ein Frühstück? Wäre ich das? Das passt. Das passt? Ja. Ich glaube, Ash lebt heute seinen Traum. Und ich will gar nicht wissen, was Mama und Papa sagen würden, wenn ich sie sehen würde. Laute Musik darf nicht fehlen. Wie geht's euch? Gut. Frühstück ist ready. Auf der Skala von 1 bis 10. Wie findest du es bisher? Zehn. Zehn. Jo. Was ist das für ein Frühstück? Ein heftiges. Gut Appetit. Wir werden jetzt auch erstmal ein Family Guy gucken. Ist ab 16. Sprich, es stirbt sich nicht. Let's go. Wir sind ready mit Frühstück. Und du kannst jetzt runtergehen zu Mama. Vor ihren Augen erstmal. Energy trinken. Mal schauen, was sie sagen wird. Na? Das waren, dürfen wir dann Rebboll trinken. Aber wahrscheinlich ist auch schuld zu sein, ne? Andi darf ja gar kein Rebboll trinken, weil er 13 ist. Ach, bald 14. Das weißt du ganz genau. Du bist, der ist noch nicht leer. Der ist noch nicht leer. Fuck, das ist weg, Mann. Guten Morgen, was ist das? Na, ist schon fast 12 Uhr. Es ist fast Mittag schon. Fuck, das ist weg. Weißt du, wie giftig das Zeug ist? Schmeckst du ihn wenigstens? Lieblingsschmeckst. Nein, 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 nein. Die Waschbecken schmeckt auch. Merkst du das? Ich hätte ihn auch noch getrunken. Der Arme. Ich, ich, ich. Hätte er schon nicht getrunken, ich hätte ihn auch getrunken. Du magst selber das wohl nicht, hast du mir gesagt. Hast du das geträumt? Ich kaufe mir immer die. Nein, du hast gesagt eine andere draufste. Christy, ja auch. Christy mag die hier nicht. Aber ich mag die. So, tut mir jetzt leid. Jetzt hab ich dein Geld. Waschbecken weggekippt, hast du das wohl her? Das geht noch schlimmer. Weißt du, was wir noch machen können? Und zwar habe ich letztens so ein alkoholfreies Bier. Wirklich, es ist alkoholfrei. Zero, 0,0. Let's go. Das wird ein bisschen fieser für Mama. Prost. Was ist das? Wann trinkst du Bier? Er dachte, also er dachte, auf keinen Fall. Ey, wir haben oben noch diese Klopfer, ne? Die hab ich bei Jürgen letztes Mal im Schrank gleichgeschraubt, als du das hier gesucht hast, habe ich es gesehen. Ich hab dich nicht angesprochen. Ich hab nur gedacht, Max verändert sich jetzt aber. Ich mach dran. Für Zucker ist das drin. Für ihn ist nur Zucker wichtig. Alkohol ist scheißegal. Oh mein Gott. Pack das sofort weg. Aber zackig. Pack das sofort weg. Pack das weg. Lass mir den Klopfer voll. Jetzt geht. Wir haben noch ein bisschen. Warte, bleib kurz, warte, warte, warte. Chill, chill, chill. Komm mal was her. Jetzt geht es ganz richtig los. Let's go. Was ist das denn? Natürlich. Du wirst es doch nicht einfach trinken. Gleich kommt's. Papa, Mama, ich habe mit Christi Schluss gemacht. Ne, ne, ich weiß, was jetzt kommt. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das riecht einfach gut nach... Und das riecht hier nach Lolli. Das riecht einfach nicht. Zublobe. Aber ich kriege Hunger auf Zucker. Hä, da ist so wenig. Wenn ich jetzt nicht schon wusste, was alles nicht gut ist, würde ich das wahrscheinlich auch nehmen. Also früher hätte ich das benutzt, weil das so cool ist, ne? Papa, mach das mal, mach das mal. Ne, ich will das mal. Ich will das auch mal. Lass Mama mal, genau. Hast du irgendwie... Küsst mich. Früher hieß das ja immer, wenn man einen Raucher küsst, ist das jetzt, wenn man einen Aschenbecher ausleckt, ne? Sie kennt mich. Aschenbecher. Digga, wir müssen ihn weg. Digga, das soll eigentlich ein Video werden, wo wir alles machen, was uns verboten wurde. Aber jetzt, glaube ich, lass es lieber sein. Oben sind wir besser aufgehoben. Hallo. Ich komm mit. Ich kontrolliere euch da, was ihr macht. Er schlägt nie wieder hier bei dir. Was denn? Das ist aber nicht heute. Er hat gesagt, das sind schon leider alle und er hat schon einen probiert. Er hat gar nichts probiert. Er hat sich getrunken. Wer hat sich getrunken? Spinnst du? Die sind leer. Ich dachte, der Karton wäre voll. Nein, der ist leer. Warum? Von wem? Hallo, von wem? Ja, nicht von... Ja, von... Du? Ich hab noch zwei letztens im Kühlschrank gefunden. Möchtest du? Nein, ich trinke nicht. Nein, Digga, nein, nein, nein. Du, vergiss es. Digga, vergiss es. Du kommst sofort runter und der darf bei dir nie wieder. Komm. Christi, jetzt hat es Chrissy Witzung bekommen. Chrissy chillt gerade übrigens in Mexiko. Wer hat das hier machen? Das Video gefällt mir bisher. Nein, ich scheiße. Mir nicht. Du packst es... Das ist Gift. Warte, lass es rum. Das ist ein Witz. Das meint der nicht ernst. Was gibt es auch für Sachen, die du nicht darfst? Wir können von Mama Geld klauen. Wie bitte? Und damit dann zum McDonalds fahren. Junge, ich dachte, wir nehmen keine Ahnung. So 10, 20 Euro. Das sind 80. 80 Euro. Ist das nicht ein bisschen viel für McDonalds? Werden dann mit den nächsten Nike-Schulen direkt mitfinanziert oder wie ist das? Wir haben jetzt einen 50-Euro-Schein, 10er und 20er. Ich würde sagen, damit fahren wir jetzt erstmal zum McDonalds. Oh mein Gott, warte, ich habe noch eine andere Idee. Kannst du kurz noch mal aufs Handy klauen gehen? Ja. Weißt du, aber leise, leise, leise. Und jetzt? Gehen wir jetzt mal. Das nehmen wir jetzt mit. Dann hat euch auch noch was vor. Schreibt jetzt mal in die Kommentare rein, was eure Eltern euch immer verbieten oder früher verboten haben. Hauen wir gerade nochmal entspannt. Den Autoschlüssel von meinen Eltern mitgehen lassen. Nehmen wir den mit. Den wollt ihr auch nochmal nehmen hier. Packen wir rein. Big Mac nehmen wir auch nochmal mit. Darauf erstmal ein Eis. Yeah. Ah, fettes Dankeschön der Mama an der Stelle fürs Sponsoren unseres Mittagessens. Hi Leute, was geht? Hier auf Mamas Account. Wir sind gerade bei Macis. Jetzt sind. Und haben Mamas Handy mitgehen lassen. Neue Story für Mama ist auch auf dem Warnsch. Gibt es irgendwas, was du brauchst? Irgendwas, was du schon mal irgendwie auf der Wunderschliste hast oder sowas? Ich war lecker. Krass, das ist wild. Was sind das hier? Zehn Becher? Das ist doch überteuert oder nicht? Da gibt es diese fetten 200 Stück Dinger. Oh, perfekt. So 20 Euro 200 Stück ist doch gut, oder? Ne? Wir packen das einfach mal in den Einkaufswagen rein. Oh mein Gott, hier wird auch noch was Gutes vorgeschlagen. Kennt ihr dieses? Das hatten wir in Dänemark früher. Das ist ultra geil. Guck, das sind sechs Pakete. In einem Paket sind nochmal zehn Stück drin. Wer macht eine Rezension und packt da ein Bild von dem Wasser Eis rein. Ey, wir können doch mal gucken, was Mama und Papa so auf Amazon einfach bestellen. Aber ich hoffe so sehr, dass jetzt nichts Unangenehmes ist, ne? Was ist das, Digga? Was ist das? Hosen, 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 Hosen. Wer kauft sich 20 Hosen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Acht. Ura, Airpods? Airpods? Wann kommt der Kram an, ist die Frage. Mittwoch. Auf das Eis freue ich mich. Wir sind wieder zu Hause. Mama, wo bist du? Euer Autoschlüssel, ich kriege sie wieder. Ja, ja, das stimmt. Genau. Dann? Wer müsste was denn? Dein Handy kriegst du auch wieder. Warum habt ihr das mitgehabt? Erstens, willst du es sagen, oder soll ich es sagen? Ja, das oberste da. Was ist das? Hey, kennst du nicht dieses Eis, was wir in Dänemark mal gekauft haben früher? Was kostet das da? Das gibt es bestimmt hier auch wieder bei Rewewald. Das sind aber sechs Kartons. Wie teuer denn? Keine Ahnung, 20 Euro, 30 Euro? 27 Euro. Dankeschön übrigens, sehr nett von dir. Achso, übrigens, wo ist das Restgeld von McDonalds? Von den 80 Euro? Wo ist der Rest? Also, wir haben dir 80 Euro weggenommen, Mama. Er hat doch noch Geld von mir weggenommen. Also nicht nur mein Handy, sondern auch so Alkohol. Wir haben uns ein bisschen bedient heute, würde ich sagen. An der Stelle, würde ich sagen, war es auch hier von mir in diesem Video. Lass dir jetzt einen Daumen nach oben da, oder bis zum nächsten Mal. Wie viel Geld habt ihr rausgenommen? Wie bitte? Wie viel Geld? Ciao. Ciao. Ciao.